ja hallo irgendwie hat sich mein handy verabschiedet und hat plötzlich abgestellt daher jetzt mittendrin der wäsche wie gesagt das ist die fünfte und letzte ladung der ferienwäsche habe es auf sport eingestellt mit den optionen wasser plus und fettflecken damit so viel wie möglich wasser eingespült wird trotzdem muss ich noch ein bisschen nachschütten es hat nicht mal bis zum trommelrand gereicht das wasser jetzt lässt sie noch ein bisschen rein aber bringt nichts wenn es von anfang an fast trocken läuft und die wäsche fast kaputt geht daran daher habe ich noch ein bisschen nachgeschüttet vielleicht macht sie jetzt sogar auch eine laugenverdünnung und ist dann gleich fertig mit waschen so wie es aussieht mit den flachen mitnehmern das ist das leidige wenn es ein bisschen mehr wasser drin hat dann rutscht die wäsche einfach drüber und wird gar nicht mehr mitgenommen und somit auch nicht wirklich richtig gut durchgewaschen finde ich und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020